Schuhbox Jinchuk! 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 Zeig dich! Los, weg aus! Mutter! Jinchuk! Jinchuk! 1950 bricht in Korea ein Krieg aus, der Brüder zu Feinden macht. Der eine Nation entzweit. Jinchuk! Ich bin's! Dein Bruder, halte euch, du Schaffnis! Gib mir Feuer, Schatz! Jinchuk! Du Idiot, willst du draufgehen? Es ist mir egal, was du denkst. Du musst nach Haus. Jinchuk! Nein! Warum diese scheiß Medaille? Wofür habe ich wohl mein Leben riskiert? Das ist nicht meine Schuld. Ich hatte dich nicht darum gebeten. Nein, das stimmt nicht. Das ist nicht wahr. Los, bring sie hier raus! Jinchuk! 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 Ich wünschte, alles wäre nur ein Traum. Ich stelle mir vor, dass ich die Augen öffne und wir wieder zu Hause sind. Wir sitzen am Frühstückstisch und unterhalten uns. Ich packe meine Tasche und gehe zur Schule. Und du gehst mit Mutter in den Laden. Wir müssen unbedingt beide wieder lebend zurückkehren. Du Wahnsinniger. Du hast sie getötet. Du hast sie getötet. Du kannst nur das, was du daer Job. Du kannst nur das, was du hast. Du hast sie getötet. Du kannst nur das, was du hast. Da ist sie Brotherhood, wenn Brüder aufeinander schießen müssen.